Und damit auch für Koron. Zurück zu Donkey Kong 64 auf dem Emulator. Wir wollten jetzt mit Diddy noch schnell hier durch und damit mit Tiny einmal den Rest oberhalb machen. Weil da war ja auch noch was. Wir haben gerade das nächste Ziel erreicht, jetzt können wir mal schauen. Ah, wo ist das? Okay, jetzt sind es noch 70. Bisschen, bisschen weniger. 30, ich ziehe von der der Zähne. Ähm, auch noch 7 mit Option, nur stärker. Ooooooh. Ja. Hm, nom nom nom. Okay, ich kann höher, höher jumpen. DIN 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 DIN. Okay, könnte sein. Ob ich jetzt höher springen kann, das weiß ich nicht. Jetzt haben wir noch hier rein. DIN 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 DIN. Na gut, das wird auch noch spannend da vorne. Ich will jetzt auch nicht alles durchsuchen und этуnue kannst du Gomez durchspielen. Aber es kann durchaus was werden, weil ich schon gar Bock auf dieses Level habe. okay wir haben es geschafft die nummer drei haben wir noch nicht ich komme einerseits ist das spiel so unempfindlich wenn die kamerasteuerung da habe ich diese steuerung drinnen zum laufen oder zum bewegen das ding ist so empfindlich eingestellt ich glaube wir können jetzt die ganze folge hier suchen da hoch zu kommen wieder ja damit ach man warum muss das ganze ding nicht festhalten ich muss auf anderen seite einsammeln hier wieder mein gott mein gott warum kann das kann die kamera nicht ein bisschen so das ist uninteressant wenn die hunden noch drinnen ach da ist noch ein spiel mit lanky irgendwas freischaltbar ok lanky dem alten doozleboy fünf minzen dann gibt er hat sie dann ponytail twin und holt okay kann jetzt mit ihren haaren fliegen ich hatte schon fast vermutet dass sowas kommt auch ich musste einlaufen mal geht was ist mit ihr falsch mal die das mal gar nicht lang fragen antworten mit donkey kong die immer gucken ich habe keinen sound mehr Ah doch, wir haben wieder einen Sound. Okay, anscheinend so nichts. Schauen wir mal eben. Boong. Okay, aber auch. Ne. Ne. Boong. Boong. und gut gehen wir von uns hat er vielleicht kommt da noch irgendwas was sich damit aufdecken lässt mit donkey kong ja kann man die machen donkey kong das leben ja auch damit sie aufgedeckt oder aufgedeckt haben vor paar folgen kann man ja mal weitermachen schon mehr war immer was sie damit fischi 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 da ist irgendwas mit fischi 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 der scheint gegner dort zu sein ist nicht meiner aber davon die die dafür brauchen wir noch was anderes ich würde mir mal eben gehen die die holen die die und dann haben wir noch lenke hier und da oben haben wir noch tiny das hat man was war die deutsche mit die die da oben den abgeschlossen haben sonst wäre es egal nicht mich hauen dankeschön das ist runter und da irgendwas mit hoch okay verstehen wir verstehen verstehen wir stehen zu uns und dann hören wir uns mit dem unter wasser lenke haben das ist eindeutig ein zugeschnitten für spricht auch viel darauf hin dass er den endgegner machen muss aber noch viel offen ich kann mal eben die mir umschauen. Hier haben wir noch ein paar Dinger. Ah, ist hier noch was Kleines mit Tiny? Ja, ja. Gut, dass ich noch nicht gewechselt habe. Oh mein Gott. Diese Fusselarbeit beim Schwimmen, ne? Schau wieder auf die Folge. Ah, Tiny werden wir noch mal brauchen müssen. Ähm. Absolut. Oder was ist da? Ist da noch was zum Wechsel drinnen? Ja, das ist auch schon mal gut. Dann haben wir ja unten direkt... Direkt wechselbar auf Tiny wieder. Äh. Äh. Hallo, mir Jungfrau. Ja, genau. Barbie höchstpersönlich oder wat? Ihre lieben Perlen! Oh. Hm, Münzen. Bin ich eher Fan von. Okay, dann nehme ich die Banane. Ist auch gut. Also jetzt schon drei hier. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwas hier finden. Oh, da können wir nicht raus. Das ist eine Art Fenster. Ich weiß es nicht. Jetzt schauen wir mal, dass wir noch auf jeden Fall wieder die Dinge aufgefüllt bekommen. Die haben wir aufgefüllt. Sauber. Okay, Lenky. The time is yours. Okay.